Hallo und jetzt kommt zurück zu Let's Play Battlefield Back Company 2i Multiplayer Ja, wir spielen auch wieder mal Endlich wieder mal Ich spiel gleich mal mit mir als Sniper auch Obwohl, ich bin tot Ja, mit einem hohen Ping Da ich schon ein bisschen irgendwie Problemchen habe Aber naja, mit dem Internet Aber das sollte schon gehen Ich suche, wenn es möglich ist, mal das Team zu Ja, Team Essen, komm 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 Gut Jetzt sind wir da eigentlich ein besseres Team Da müssen wir auf jeden Fall mal nicht verlieren Auf das habe ich keine Lust So, dann gehen wir ja gleich mal rein hier Ja, und wir haben schon gewonnen So schnell geht das Zeig mal Punkte auf sicher Und das war dann auch schon wieder Beziehungsweise mal Nee, tscher Natürlich geht es gleich weiter Wir haben 0 zu 1 Und ich bin etwas weniger Ähm, naja, Schule hat wieder angefangen Ja Jaja, dann schauen wir Wir müssen hier alles vor sich halten Jo Ball Level ab Und Jo Dann schlagen wir wahrscheinlich gleich wieder rein 10 Minuten nehme ich auf Gleich mal auf die Uhr schauen hier Ja, ja Ja, 37 Das heißt, 47 Da muss ich auch den Ball wieder in die Schule Ich sage es mal leider Ich gehe da mal ein bisschen als neipa, weil ich da einfach dran habe Oh, ich bin schon rein Bin ich rein? Ja Gut, ah, ich bin in der Eroberung Gehen wir da lang Ja, wir haben schon eine Position eingenommen Dann bingen wir hier mal links ab Ohne Blinker Und jo Wahrscheinlich werden wir hier gleich Schon auf die ersten Feinde treffen Denk ich mal Und ich fahre hier überall rein Ja So wie es sein muss Oder Jo Und schauen wir einmal müssen Jo Wir haben schon einen Punkt Dann gehen wir gleich mal mit Mit der Maus ein bisschen nach vorne Oh, die kommt von da So wie es aussieht Der geht ein bisschen in Deckung So, aus dem Weg Jetzt komme ich Ein bisschen Panzer Action reinbringen So, dass für einen Knalleffekt In diesem Video auch gesorgt ist Ansonsten habe ich ja immer noch C4 dabei Oder Hier einfach überall mal reinballern Wo seid ihr? Kommt raus, kommt raus Hier mal eine Rakete rein Oh, da oben Stürmen wir ja mal die Bude, ne Ich nehme Zum Glück Ich nehme auf Das ist gut Uh, das ist auch nicht schön Ja, hier ist das Einrichtig mal Geil Ja, jetzt geht er da nach Um ein Ich sehe nicht Ja, nur Hilfe Weiß Bock Das hier springen wir am besten mal weg So dringen wir ja mal langsam nach vorn Oh, da hinten kommt einer Ne, hab ich nicht Ja, ja, ja Ich habe ihn getroffen Guckschon Ah, nee Guckschon Jo, ich komme ja leider nicht rein Das heißt, wir gehen ja am besten mal Müssen rum Und wir haben die ja von der Seite So suchen wir uns auf jeden Fall mal Oh Ich muss hängen bleiben, das wäre dumm Hier ist alles im Hallo Darf ich hier vielleicht auch mal durch? So, danke Ja Geh doch nicht gleich alles kaputt hier Oh, leck mich doch Bin nicht so fett Mancher werfen nicht weiß, mit C kann man hier sowas sehen Perspektive Sieht auch echt nice aus Oh, jemand schießt mir eine Rakete hinterher Das ist nicht gut Oh, ich habe eine Zielerfassung Dann weiche ich ja gleich mal zum Berg hier raus Ah, Mist, jetzt habe ich die Rakete doch noch abbekommen So suchen wir uns hier ein bisschen beim Berg dran zu halten Wir fallen hier noch Marokiten rum, bevor wir im Panzer ein los verbrennen Da oben ist einer Ja, raus hier Das ist zu gefährlich Gehen wir hinter diesem sehr stabilen Holzhag in Deckung Okay, von da oben Ballern Oh, ich hätte fast einen Ping von 400 Ja, das war knapp Wurde fast Ich bin gekickt worden, ja War's das schon? Knapp Ja Leck mich doch Dann, äh, denke ich Mach's das auch schon wieder Ich weiß, kurzer Part, aber Sonst suchen wir noch kurz ein So vor ein paar Minuten Ja, komm Vier Minuten Ja, komm Spielen wir hier Fünf Erntetag, Rush Ja, komm, gehen wir da rein Was soll's Ähm Jo Ähm Warten wir noch ein paar Minuten Und wenn ich reinkomme, dann War's das auch Ja, ich glaub, ich komm nicht rein Also wieder mal irgendeinen Fehler Und dann, nein Geh Spaß Auch schon wieder Ich weiß Es kommen bald länger Part Ich hab mir danach Nicht gerade Zeit zum aufnehmen Ja, bitte War's das Und ich hoffe, es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Ciao